Konnte George Michael seinen eigenen Anblick nicht mehr ertragen? Am Sonntag stirbt der Wemster überraschend an Herzversagen. Nun werden traurige Details über sein Leben öffentlich. Der Sänger zieht sich die letzten Jahre komplett zurück. Der Grund? Sein Aussehen. George leidet an seiner Gewichtszunahme. Auch Narben von einem Unfall zeichnen seinen Kopf und Hals. Der Blick in den Spiegel wird zu Tortur. Er wurde zum Einsiedler, weil er es nicht ertragen konnte, wenn Menschen ihn so sahen. Weiß ein Insider. Die Folge? Schwere Depressionen und neue Drogenprobleme. Für seine Fans will George doch eigentlich der schöne, selbstbewusste Entertainer sein. Und so werden sie ihn auch immer in Erinnerung behalten.